Die sind mittlerweile interessant, wenn wir hier in die Halt die Chance haben. Den ganzen Emotionen, die wir am Abend miteinander diskutieren, und wir diskutieren, wie es bei dir sieht. oder wie macht man das? Und da hat man sich heftig austauscht untereinander, hat vielleicht auch noch ein paar Tipps eingeholt und das sind viele Ersagen, die man sammeln und mitnehmen kann. Wir waren sehr schön, aber wir haben viel zu crescere, wir geben dir viel Erfahrung und wir lernen viele Dinge, die man normalerweise nicht lernen kann. Es war ziemlich eindrücklich. Wir hatten 13 Kandidaten und alle haben sich ins Zeug gelegt und permanent wieder etwas anderes machen müssen. Und für das bewundern sie eigentlich. Es ist Wahnsinn, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so weit hochschaffe und ich bin gerade sprachlos. Es ist Wahnsinn, was ich geschafft habe. Ganz überwältigend bin ich, vor allem jetzt zu den letzten paar Minuten, ich war die ganze Clash. Die ganze Siegerdirektoren war schon recht nervös und die Wochendauer selber hat er recht angespannt, weil nie klar war, wie ich stehe. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. idez rede